Hallo und willkommen hier aus Wuppertal, wünsche ich euch und danke fürs Einschalten bei Tom's Talk Mystery. Es gibt jetzt kurze News und zwar wird morgen eine weitere Episode in diesem Channel veröffentlicht zum Thema schwarze Schatten. Wer kennt es nicht? Es gibt Berichte darüber, dass schwarze Schatten gesichtet werden und viele erzählen dann, dass diese schwarzen Schatten bösartig sind und was auch immer anstellen würden. Darüber werde ich etwas erzählen und am 16.12. wird das Video bezüglich des Geisterjäger Equipments online gehen. Dort geht es um den ominösen Ovilus, Ghost Radio, Spirit Box sowie dieses Portal, welches von Half Paranormal seinerzeit entwickelt wurde. Am 30.06. ist geplant, dass dann die Episode zum Thema Geister online geht. Also, wie man vielleicht einen Geist von etwas Rationalem unterscheiden kann, was es Verarten von Geistern gibt, wie man sie vielleicht unterteilen könnte und alles mögliche, was damit in Zusammenhang steht. Also, man könnte vielleicht auch sagen, dass es ein bisschen im Bereich geht, was mache ich auch, wenn Spuk auftritt. Aber dazu mehr am 30.12. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend hier aus diesem nebligen Wuppertal und wir hören und lesen uns. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao.